Der Ausgleichbehälter der Warmwasserheizung befindet sich mit einer Verkleidung geschützt, modellbedingt im Kleiderschrank auf der Fahrerseite, im Heck auf der Beifahrerseite beziehungsweise an der Wand im Schlafbereich. Der Iststand der Flüssigkeitsmenge sollte ca. 1 cm über Minimum sein. Ist die Heizung in Funktion, kann sich die Heizflüssigkeit bis auf die Maximummarkierung ausdehnen. Aufgefüllt werden sollte immer nur nach Beschreibung das spezielle Glykolgemisch von der Firma Alde.